Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist bei 47 Cent ungefähr, 3,5% nach oben. XRP ist heute der Top-Gewinner des Marktes in den letzten 24 Stunden. Kein anderer Coin ist so weit gestiegen. Generell sind auch einige Coins wieder eher grün und die meisten haben da auch über 1-2% zugelegt. Also von daher wieder ein wenig bullischer für die meisten Leute. Der erste Tweet für heute kommt von Ripple selbst und hier geht es einmal um Monika Long. Und sie spricht einmal mit Coindesk, einer großen News-Plattform, über den sogenannten First Mover. Beziehungsweise in dem Format First Mover darüber, wie Ripple die MetaCo Aktien gekauft hat. Beziehungsweise wie sie die Firma eben aufgekauft haben. Das Ganze ist nach wie vor ein spannendes Thema. Und ich bin mal gespannt, wohin das Ganze noch weiter führen wird. Hier gibt es zumindest ein paar weitere Informationen. Also ein 10-Minuten-Video ungefähr. Wer da ein bisschen was noch sehen möchte, findet das hier auf jeden Fall. Und wir sehen bei TheBlock auch, dass Ripple aktuell sehr viel aufkauft. Beziehungsweise einfach nur kauft auch. Sie haben zum Beispiel auch einen Teil von dem Crypto-Exchange Bitstamp gekauft. Und das ist natürlich alles eine große Verbindung, sage ich mal. Denn in Zukunft wird man natürlich deutlich mehr in Richtung Market-Making wahrscheinlich einfach reingehen. Im Endeffekt soll ja Ripple die Brücke sein. Beziehungsweise will Ripple die Brücke bilden. Die es ermöglicht, verschiedene Währungen ineinander zu tauschen. Und das ist gerade bei Exchanges natürlich auch ein sehr, sehr großer Punkt. Von daher hier nochmal auch sehr, sehr spannend. Ripple kauft einen Teil von Bitstamp. Und somit können sie da weiter zusammenarbeiten. Beziehungsweise noch enger zusammenarbeiten. Wenn man natürlich da Anteile und Aktien besitzt, dann ist es natürlich nochmal umso interessanter, da eine tiefergehende Partnerschaft einzugehen. Natürlich bleibt es nicht nur dabei, sondern sie haben ja auch schon verschiedene andere Firmen genannt, die auch dann wieder darum investiert haben und da involviert sind und so weiter. Also ich glaube, ihr könnt sehen, das ist ja ein Riesennetzwerk, sage ich mal, was sich hier gerade spinnt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann haben wir hier einmal Anders L und da geht es nämlich um Montenegro. Wir haben ja schon die Ankündigung bekommen, dass Montenegro eine CBDC in Zusammenarbeit mit Ripple erstellt. Und in dem Fall hatten wir auch schon mal die News, dass auch Palau einen US-Dollar Stablecoin auf dem öffentlichen XRP-Ledger erstellen will. Es vielleicht schon hat, es auf jeden Fall tun wird, so in der Form. Und hier ist jetzt ein bisschen die Spekulation, ob Montenegro groß genug ist. Also genug Power hat nach außen, dass sie ihren eigenen privaten Ledger dafür verwenden werden. Also eine Art XRP-Ledger-Fork zu einem privaten Ledger umwandeln, um dort drüber dann ihre eigene Währung laufen zu lassen. Oder ob sie auch sagen, okay, lohnt sich wahrscheinlich eher den öffentlichen XRP-Ledger zu verwenden. Weil, man darf nicht vergessen, dahinter hängen natürlich auch immer die Transaktionsgebühren von XRP. Die sind natürlich sehr, sehr klein, also 0,0000001. XRP, wenn ich richtig liege, pro Transaktion, sehr gering pro Transaktion. Aber ihr könnt euch vorstellen, auch in Palau, auch wenn da nicht viele Einwohner leben, werden natürlich tausende Transaktionen getätigt. Und das summiert sich dann schon in Summe auf jeden Fall. Das heißt also, in gewisser Weise führen solche Integrationen von CBDCs auf den Public Ledger natürlich auch dazu, dass die Deflation von XRP weiter zunimmt und das ist natürlich schon ein schöner Punkt. Von daher, da würde mich auch mal eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Sagt ihr, das Ganze für Montenegro ist interessant auf dem öffentlichen XRP-Ledger? Oder sagt ihr, nein, sie werden safe den Private Ledger verwenden und werden den XRP-Ledger da forken? Lasst uns darüber gerne mal in den Kommentaren schreiben. Und für alle Leute, die das damals auch nicht mitbekommen haben mit Palau, das haben wir hier einmal. Also ein Stable Coin in der Case Study, Successful Pilot. Also über 200 Leute da in der Republik von Palau haben das Ganze genutzt. Ein Stable Coin. Und hier sehen wir nochmal, dass sie natürlich auch XRP verwenden, also nativ dafür. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann haben wir hier nochmal einmal Mr. Pool und zwar Ready. Also hier geht es immer um Ready, also ein bisschen mehr Riddler-Stuff. The Wrath of Cateman hat hier einmal Atlanta Fett. Und zwar haben sie einen neuen Bericht veröffentlicht. Und zwar geht es da um Web3 und Finanzen, die hier natürlich auch Ripple erwähnen. XRP wird dort als ein internationales Zahlungsmedium erklärt, beziehungsweise angezeigt hier. Wir sehen hier oben einmal das internationale Netzwerk. Die Schweiz mit den Schweizer Franken. Die Euro-Region hier mit Euro. Und dann auch Singapur einmal. Also da verschiedene Möglichkeiten zu handeln. AMM, also Automated Market Makers, spielen da eine Rolle. Die CBDCs in dem Fall also hier einmal umrandet, sage ich mal. Internal Network und einmal hier oben dann die Plattformen nach außen hin quasi. Und dann haben wir hier unten einmal die Erwähnung von XRP als internationales Zahlungsmedium. Das sagt natürlich auch ziemlich gut aus, wofür XRP in diesem Moment da ist. Und gerade wenn halt eben diese verschiedenen Sachen über Ripple ablaufen, beziehungsweise gemanagt werden. Dann hat man da natürlich gute Möglichkeiten, um XRP noch weiter zu integrieren und noch mehr Use Cases für XRP zu erschließen. Und es gibt auch einige Meilensteine zu feiern. Hier haben wir zum Beispiel den 80-Millionen-Ledger, der dort geclosed wurde auf dem XRP-Ledger. Ungefähr 10,5 Jahre hat das Ganze gedauert. Und natürlich muss man sagen, die ersten Jahre waren mit Sicherheit eher schleppend. Also da war natürlich noch nicht so viel los. Und hier sehen wir natürlich dann die einzelnen Transaktionen darin. Also ziemlich, ziemlich cool. Und viele sagen natürlich auf die nächsten 10,5 Jahre. Ich denke aber, der XRP-Ledger wird sich in den nächsten 10,5 Jahren auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich weiterentwickeln und verbessern. Dann haben wir Sam Lyman. Und da geht es so ein bisschen darum, dass aktuell die XRP-Community eigentlich viel tut, um die Krypto-Community so durch die gerichtlichen Anforderungen so ein bisschen durchzutragen. Also ich sage mal so, es ist ja schon die größte Community, die hier was tut im Bereich der regulatorischen Klarheit. Ich glaube, das kann man ganz nüchtern erstmal so feststellen. Sehr viele Leute befassen sich ja gerade damit. Wurden auch zu kleinen Juristen natürlich dadurch. Ich sage mal, ich habe auch ein bisschen juristisches Fachwissen definitiv erlangen können dadurch, dass man hier so verschiedene Eindrücke bekommt. Da immer verschiedene Dokumente liest und so weiter. Und es wird mit Sicherheit nochmal deutlich spannender, wenn wir in den nächsten Tagen hoffentlich dann auch mal die Hinman-E-Mails zu Gesicht bekommen und dann erfahren, was da wirklich drin steht. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt darauf, Leute. Dann gab es noch eine kleine Ankündigung von einer Partnerschaft. Und zwar Bitpanda und Coinbase. Zwei große Exchanges. Ich bin mal gespannt, was da so ein bisschen daraus folgen soll. Es geht da natürlich um Trust, Transparency, Security, also um Sicherheit, Vertrauen, Transparenz. Und alle solche Sachen natürlich. Also zwei Exchanges, die da zusammenarbeiten. Ich bin mal gespannt. Ich erwarte da jetzt nichts Großes. Aber es zeigt doch schon, wie verbunden da einige Firmen mit Sicherheit sind. Dann haben wir noch Barbe Kacks. Bert Garlinghaus lässt uns wissen, dass es vorbei ist. Und zwar hier hat er einmal ein Like gegeben. Und zwar zu Hunter Dixon. Denn der Tweet lautet It's Mac Culver. Also halt ein kleines Wortspiel quasi mit dem Namen. Und halt It's Over. Das wird halt eben von Barbe Kacks jetzt als It's Over interpretiert. Bert Garlinghaus hat ja aktuell auch wieder 589 Leuten, denen er folgt. Also der Junge weiß da auf jeden Fall Bescheid. Sonst würde er damit nicht so spielen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Hier haben wir von Maxis Knapp Breaking News. Leute, die GM sagen, haben eine 99%ige Chance, Future Maximalists zu sein. GM, GM. Ich kann leider nicht so oft GM wünschen. Weil die meisten Leute das Video ja direkt sehen, wenn es rauskommt. Nämlich um 18 Uhr. Und da ist GM ja quasi schon vorbei. Aber ich hoffe natürlich, dass es euch auch so gefallen hat. Morgen um 18 Uhr sehen wir uns wieder zu neuen News auf diesem Kanal. Bis dahin, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Oder was euch halt eben noch so auf dem Herzen liegt in Bezug auf XRP. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.